Hallo und herzlich willkommen bei 3 Fragen an den Wolf, heute aus meinem Modellzimmer in Hamburg. Bei 3 Fragen an den Wolf geht es darum, dass ich Fragen von euch beantworte, die über meine Webseite reinkommen oder über meinen YouTube-Channel. Und heute geht es um Fragen zu folgenden Themen. Erstens Daytrading, zweitens E-Mailparking und drittens eine besonders interessante Frage, nämlich, wie definiere ich Erfolg abseits von finanziellen und materiellen Dingen? Ich werde euch das alles jetzt beantworten. Hallo bei 3 Fragen an den Wolf. Los geht's. Hallo Wolf. Ich werde in letzter Zeit immer wieder mit Inforatgebern zum Thema Daytrading konfrontiert. Ich möchte eventuell gerne in Richtung Daytrading selbst aktiv werden, weil ich gehört habe, dass es eine gute Möglichkeit ist, von zu Hause aus nebenberuflich Geld zu verdienen. Wie siehst du das? Und hast du selbst schon mit Daytrading zu tun gehabt? Was hältst du von den Inforatgebern, die dazu am Markt sind? Viele Grüße, Silke. Hallo Silke. Also zunächst mal muss ich sagen, dass es ein bisschen ungewohnt ist für mich, dass die Frage von deiner Frau kommt, weil für mich das Thema Daytrading irgendwie so eher so eine klassische Männerdomäne ist. Zu dem Thema habe ich folgende Meinung. Also grundsätzlich ist es so, dass sich die Situation am Aktienmarkt, speziell in Sachen Beschaffungsgeschäfte, eigentlich die letzten 12, 15 Jahre extrem verändert hat. Also wir leben da heute in ganz anderen Zeiten. Und es ist alles viel, viel unübersichtlicher geworden. Generell ist es so, wenn du halbwegs eine Chance haben willst, sozusagen, dass du in diesem Bereich erfolgreich bist oder zumindest eine Chance auf einen halbwegs akzeptablen Tagesgewinn mitnehmen willst, dass du natürlich sehr, sehr viele Trades bedienen musst, weil ja die Margen praktisch sehr, sehr, sehr gering sind. Und da den Überblick zu bewahren, das ist wirklich etwas, da würde ich sagen, das ist echt nur Spezialisten vorbehalten oder Leuten, die sich einfach schon sehr, sehr lange und intensiv mit dieser Materie beschäftigen. Und da gibt es ein paar erfolgreiche, das stimmt. Also ich habe selber in der Vergangenheit einige Leute kennengelernt. Nur das Ganze nebenberuflich zu starten oder so nebenher zu machen, da kann ich nur sagen, vergiss es besser mal. Also da gibt es viel, viel einfachere Möglichkeiten im Internet oder von zu Hause aus Geld zu verdienen als mit Daytrading. Und was Inforatgeberprodukte angeht, also da gibt es einige im Netz. Und die werden ja auch von eben, so bezeichnen sie sich jedenfalls selbst, erfolgreichen, ehemaligen erfolgreichen Daytradern vertrieben. Und wenn man dann aber näher nachrecherchiert, ohne dass ich jetzt Namen nennen möchte, dann kommt man drauf, so erfolgreich waren die gar nicht. Also das ist ein ganz spezielles Thema und generell würde ich sagen, wenn du nicht wirklich vorbelastet bist in diesem Bereich und sehr, sehr viel Erfahrung mitbringst und alle Daytrader, die erfolgreich sind, bringen sehr, sehr viel Erfahrung mit und für die ist das auch wirklich ein Fulltime-Job. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich ganz ehrlich eher sagen, Finger weg davon. Gibt einfachere Möglichkeiten im Internet bzw. von zu Hause aus Geld zu verdienen. Hallo Wolfgang, was hältst du eigentlich vom E-Mail-Parking? Zahlt es sich aus, seinen Adressenbestand auszulagern? Ciao, Gary. E-Mail-Parking. Schießen heraus aus dem Boden derzeit, wie die schwammeln. Was machen diese Firmen? Die nehmen E-Mail-Adressen entgegen von dir, bezahlen übrigens nicht mal dafür, also das ist ein Mythos. Gibt es zwar auch vereinzelt, glaube ich, oder gab es mal, aber normalerweise ist es so, du gibst diesen Firmen deine E-Mail-Adresse und dann schicken sie die E-Mails sozusagen an ihr Kundenbestand raus und sollte einer deiner Kunden dann einen Abschluss tätigen, wirst du finanziell daran beteiligt. So funktioniert das Ganze zumindest in der Theorie. In der Praxis habe ich bis jetzt eigentlich niemanden kennengelernt, der damit sonderlich reich geworden ist bzw. bei dem das sonderlich was gebracht hätte. Meine persönliche Meinung ist auch im Übrigen, dass ich meine Adressen sicher nicht an irgendwelche E-Mail-Parking-Firmen herausgebe. Ich sehe erstens überhaupt keinen Sinn darin und by the way ist es so, ein Kunde oder ein User vertraut dir seine E-Mail-Adresse an und du als Webmaster, als Affiliate, und das ist ja eigentlich eine deiner Hauptaufgaben, solltest du ja eigentlich dafür sorgen, zu wissen, was deine Kunden, deine User wollen und was sie nicht wollen. Dieses, was sie nicht wollen, das ist übrigens besonders wichtig, weil du willst ihnen ja die richtigen Angebote zusenden, weil sonst konvertieren deine User nicht. So, das heißt, es ist eigentlich deine Aufgabe, selbst herauszufinden, was deine Kunden oder was deine User wollen und dann kannst du sie auch mit den richtigen Partnerprogrammen, quasi mit den richtigen Produkten bewerben. Und Partnerprogramme gibt es wie Sand am Meer und das ist eben dein Job eigentlich als Affiliate, als Webmaster und da finde ich, musst du nicht an irgendeine meistens wildfremde Firma deine E-Mail-Adresse auslagern, das ist einfach Blödsinn. Ja, abgesehen davon, dass es gegenüber dem Kunden eigentlich auch nicht wirklich fair ist. Also, ganz klare Meinung, Finger weg von E-Mail-Barking, meine Sicht der Dinge. Sorry, ich weiß, ich kenne paar Leute, die das Geschäft betreiben, aber das ist nun mal meine Meinung. Also, ich werde mit Sicherheit keine E-Mail-Adressen auslagern an E-Mail-Barking-Firmen. Hi Wolf, in diversen Videos von sogenannten Internet-Marketern wird oft mit viel Geld, teuren Autos und allgemein einem luxuriösen Lebensstil geprahlt. Die Leute definieren Erfolg also ausschließlich über das, was sie finanziell erreicht haben. Wie aber würdest du den Begriff Erfolg für dich abseits von finanziellen und materiellen Dingen definieren? Gute Frage. Also, finde ich sehr interessant und was wir auf YouTube ja eigentlich tagtäglich erleben, speziell also im Bereich Internet-Marketing, Online-Marketer, da sehen wir sehr häufig Leute, die dann im Hintergrund ihre Lamborghinis gebracht haben und ihr Video dazu machen und ihren Mercedes und dann zeigen sie ihre Villa und so weiter. Und ja, ich meine, ich gestehe, ich nehme mich da nicht aus aus der Kritik, aber ich bin auch nicht ganz anders. Wenn ihr euch meinen Teaser anseht, dann zeige ich auch ein bisschen, was ich so mache und so. Aber in Wirklichkeit, wenn wir das jetzt mal beiseite lassen, also die finanziellen und materiellen Dinge, die man sich halt so leisten kann, wenn man erfolgreich ist, definiert sich für mich Erfolg im Übrigen auch aus der vorangegangenen Erfolglosigkeit eines Unternehmers. Weil sehr häufig ist es so, dass Leute nicht sofort von 0 auf 100 durchstarten und gleich erfolgreich sind, sondern sehr häufig ist es so, dass viele Leute halt auch erfolglos sind. Also ich meine, bei mir ist es zum Beispiel so, viele Leute sagen zu mir, ah Wolf, das ist ja toll, was du da alles erreicht hast und jetzt verdienst du so viel Geld, bist finanziell unabhängig, kannst alles machen. Und dann sage ich immer, naja Moment mal Leute, aber wenn ihr wüsstet, was mir alles vorher nicht gelungen ist, da würde ich mich wahrscheinlich für einen totalen Loser halten. Also das kann man immer betrachten, wie man will. Aber wichtig ist einfach, dass wenn man wirklich mal erfolglos war, und das war ich zum Beispiel genauso, dass man einfach für sich dann den Weg findet, raus aus dieser Sackgasse, dass man irgendetwas ändert in seinem Leben und dann eben diesen Weg des Erfolges einschlägt und die Erfolglosigkeit zurücklässt. Aber das schafft auch nicht jeder, aber genauso definiert sich für mich auch Erfolg abseits von finanziellen und materiellen Dingen. Also jemand, der mal wirklich am Boden war, also was mich jetzt angeht, war jetzt vielleicht nicht ganz am Boden, aber ich war schon auch erfolglos mit vielen, vielen Dingen. Und jemand, der das aber dann so in den Griff kriegt, dass er sagt, okay, ich lasse das einfach mal hinter mir und ich fange einfach komplett neu an. Das ist für mich das, was ich bewundere an vielen Leuten, dieses Stehaufmännchentum sozusagen. Das waren für mich auch irgendwie immer Vorbilder. Und ja, so würde ich sagen, auf diesem Weg würde ich auch Erfolg bei jemandem definieren, der das dann eben geschafft hat, dass er eben aus der Erfolglosigkeit erfolgreich wurde. Ja, das waren wieder meine drei Fragen des Monats. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich verabschiede mich hiermit aus Hamburg. Bis bald. Tschüss, euer Wolf.